Woran denkst du bei Frankreich? Etwa an Urlaub? Gutes Essen? Oder Kultur? Ja, das stimmt alles. Aber Frankreich ist eben auch innovativ und gehört mit Deutschland zum Wirtschaftsmotor Europas. Und dazu ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Frankreichs. Gerade Bayern ist für Frankreich eine wichtige Region. Mehr als 4000 bayerische Unternehmen haben enge wirtschaftliche Beziehung nach Frankreich. Und mehr als 600 französische Unternehmen investieren wiederum in Bayern und lassen sich hier nieder. Du siehst, die französische Sprache öffnet dir Türen zu dieser Arbeitswelt. Das betrifft sehr viele Branchen, vor allem Maschinenbau und technische Innovationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Unter anderem Fauretia und Airbus. Du interessierst dich für die digitalen und umweltfreundlichen Unternehmen der Zukunft? Diese findest du mitten zwischen Bayern und Frankreich. Zum Beispiel Valeo Siemens eAutomotive. Das deutsch-französische Joint Venture trägt mit innovativen Technologien und neuesten Entwicklungen zu einer emissionsarmen Zukunft bei. Erst 2016 gegründet, schätzt das Joint Venture den Umsatz seiner Entwicklungsprojekte für Elektromobilität auf 10 Milliarden Euro. Valeo Siemens eAutomotive schreibt gerade ein neues Kapitel der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Frankreich und Bayern. Oder schauen wir uns ein anderes französisches Startup in Bayern an. Sigfox hat ein eigenes, globales Netzwerk aufgebaut, um alle möglichen Objekte drahtlos mit dem Internet zu verbinden. Zum Beispiel haben heute mehr als 250.000 Rollbehälter von Deutsche Post DHL nun intelligente Tracker, die permanent ihren Status melden. Deutsche Post DHL setzt mit all seinen Paketzentren bundesweit auf die Technologie von Sigfox. Internet of Things lässt grüßen. Und es gibt noch so viel mehr erfolgreiche französische Unternehmen aus allen möglichen Branchen. Kosmetik, Mode und Luxus, IT, Aviation, Automotive, Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Und das alles ganz in deiner Nähe. Schnell und einfach kommst du zu deinen Nachbarn und sie zu dir. Vergiss nicht, Sprachen und deren Kultur stehen heute in einer global vernetzten Wirtschaft immer stärker im Mittelpunkt. Allein Französisch sprechen mittlerweile mehr als 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Eine zweite Fremdsprache neben Englisch ist die optimale Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere. Nutze diesen Türöffner und verbessere deine Chancen. Englisch ist ein Muss, Französisch dein Plus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017